Hallo und herzlich willkommen zu einem neues Video meine Lieben. Ich möchte euch ein bisschen in diesem Schmuddelwetter, das ist richtig Schmuddelwetter und auch diesig und neblig obendrauf noch, möchte ich euch gerne mitnehmen. Ein bisschen, was ich euch mit meinem Bruder gezeigt habe. Gartenunkrempeln und alles, was wir da so schönes weggerissen haben. Wie gesagt, werde ich euch nochmal oben in der Ecke verlinken. Ansonsten unten in der Videobeschreibung mal. Da habe ich, zeige ich euch mal, da habe ich mein Kräuterhochbeet leer gemacht. Das möchte ich natürlich nicht so, wie es jetzt aussieht, lassen. Hier fülle ich jetzt ein kleines bisschen Erde auf. Und hier sollen nachher auch Möhren, Schwarzwurzeln, alles so Kulturen, die langsam wachsen, aber auch reichlich. Und da oben drauf möchte ich natürlich in mein tolles Hochbeet für meine Paprika, möchte ich natürlich auch ein bisschen Erde nachfüllen. Und ja, wir gehen jetzt mal rüber. So, und hier liegt die ganze Erde, was ich euch gerade gesagt habe. Und schaut euch das mal an. Mein tolles Lieblingshochbeet ist nicht mehr vorhanden. Äh, ja, ja, und von diesen Blumen sind die Steinerumrandung auch schon weg. Naja, was soll's. Wenn das heißt, Garten umkrempeln, muss ein bisschen was passieren. Mehr Gemüse und alles sowas, das ist so die Visite, was ich so gerne möchte. Jetzt werde ich erstmal die Erde ein bisschen bei den beiden Hochbeeten auffüllen und ein kleines bisschen lockerer machen. Und dann möchte ich natürlich meine ganzen Kräuter, das sind zehn, die ich noch gerettet habe. Ähm, hier ist Bärlauch, hier ist Olivenkraut, äh, Zitronenmelisse, Zitronenthymian, Schnittlauch, Schnittknoblauch. Hier vorne ist Pizza Macareta, oder hab ich's jetzt vertauscht? Nee, das ist Oregano, das ist Pizza Macareta und das ist Sauerampfer. Und das ist alles größteils winterhart. Die hab ich jetzt nur übergangsweise, es sieht wirklich, Entschuldigung für den Wort aus, Kacke aus. So soll das natürlich nicht bleiben. Die kommen alle mit nach Hause, weil ich hab komplett was anderes geplant und was anderes vor. Wo meine zukünftigen Kräuter, ähm, Haus, wie auch immer, wie ich das gestalten möchte, das hab ich natürlich anderweitig was vor. Und, ähm, so, jetzt heißt das erstmal Erde auffüllen. Ein bisschen ist es jetzt aufgefüllt, es ist nicht viel, aber die oberste Schicht ist jetzt erstmal alles einmal durchgepflügt mit der Hände. Und das wird nicht die letzte Erde, die da drin reinkommen wird, meine Lieben. Hier kurz vor den Pflanzen, also kurz vor der Pflanzung, kommt noch ein bisschen mehr Erde rein. So, und in mein Paprika-Hochbeet, da hab ich schon Eierschalen reingemacht. Einfach kleinbröseln, trocknen, oder eher gesagt, erstmal trocknen lassen. Kleinbröseln mit der Hände oder Handschuhe und ab in das Beet. Na, hier hab ich auch schon reichlich aufgefüllt. Ich finde, das reicht mir schon. Vielleicht zwei, drei Schaufeln vielleicht noch rein. Weil zumal die beiden Hochbeete hinten, äh, da fehlt ja auch noch etliche Erde, ne? Da, weil wenn man was einpflanzt, kommt ja ein bisschen Erde dazu. Aber wenn man Pflanzen und diese sehr großen Wurzelballen hat, entnimmt man ja Erde. Sehr viel sogar. Und, ich sag mal, bis die Ernte durch ist und bis man alle Pflanzen raus hat, dann fällt das erst richtig auf. Ups, hier fehlt ja ganz schön viel Erde, ne? Deswegen immer Stück für Stück nachfüllen. Das reicht alle Male. Macht das jetzt nicht bis Ultimo, bis oben an der Kante voll. Das muss jetzt nicht sein. Weil, wenn ihr Pflanzen habt, die sind noch sehr jung, so, ich sag jetzt mal, Paprikapflanzen. Die brauchen ja so, so ein Häubchen über dem Kopf. Aber alle anderen Pflanzenkulturen, die noch sehr klein sind, so, gibt denen eine kleine Windschutz oben. Dann kann der Wind schön so gerade rüber pfeifen. So mache ich das immer. Ich fülle mein Hochbeete nicht ganz zur Oberkante voll. Ich lasse immer ein Stück frei, wenn ich Pflanzen habe, dass ich immer noch gewährleisten kann, dass der Wind drüber pfeifen kann und nicht die jungen Pflanzen am Stiel wegbricht. Muss ja auch nicht sein. Und so mache ich das, meine Lieben. Und jetzt werde ich meine Kräuterpflanzen einladen. Und dann seid gespannt, wie es weitergeht. Ich sag immer nur, dranbleiben, meine Lieben. Dranbleiben, dranbleiben lohnt sich immer. Ich lade sie jetzt auf. Ich bin heute mit dem Fahrrad hier. Ein bisschen Sport muss auch sein. Und gut, mit dieses diesige Wetter und neblige Wetter habe ich leider auch nicht mit gerechnet. Aber egal. Es ist egal. Hauptsache, es ist ein bisschen was gemacht. Die ganzen Pflanzen werde ich jetzt alles in meinen Hänger laden. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Ansonsten sehen wir uns gleich zu Hause. Bei meinem Dach oben, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Da habe ich schon ein bisschen Material schon besorgt, um das Dach zu reparieren. Mal gucken, ob ich erst ein Video draus mache oder nicht. Muss ich mal schauen. Aber ansonsten ist ein A voll Arbeit. Man sagt ja immer ein A scholl, aber ich habe mal A gesagt. Es ist noch echt viel Arbeit hier. Ob ich dieses Jahr erfolgreich mit Pflanzen und Einkochen und mit Früchten und sowas bin, weiß ich leider nicht. Kann ich leider nicht vorhersagen. Dass es ein bisschen mau für dieses Jahr läuft. Aber es kann ja auch sein, andere Umgebung. Man muss sich erst mal einfuchsen. Wegen der Wärme, Kälte, Licht etc. Da denke ich mal, da muss ich mich auch noch ein bisschen einfuchsen. Es ist ja auch eine komplette andere Umgebung. Vorher habe ich es anders oder in anderen Räumen gemacht und so. Jetzt ist das wieder anders. Aber naja, ich will jetzt hier wirklich euch nicht hier voll labern bis oben hin. Bis gleich. So, angekommen bin ich. Alle zehn Pflanzen hingestellt. Das, wie die Pflanzen jetzt hier so stehen, ist nur provisorisch. So, wie sie da jetzt eingetopft wurden von meinem Bruder und alles mal, soll es natürlich nicht bleiben. Hier habe ich schon mal Gehwegplatten und ein bisschen Erde, Blumenerde und alles sowas. Weil mein Kompashaufen immer noch nichts dickes abwirbt. Hier ungefähr soll nochmal was entstehen. Genau, neben mein Gewächstunnel. Das werde ich gleich holen. Und ja, hier ist noch ein bisschen frische Komposerde. Das habe ich noch gesiebt bekommen, aber es ist wirklich nicht sehr viel. Aber das versuche ich alles zu füllen, dass jeder ein kleines bisschen Erde abbekommt. Aber das ist nicht alles. Ich vermute ganz stark, dass ich noch ein paar Kräuter sehen muss, weil ich versuche, alle Kräuter, die recht winterhart sind. Und nicht, dass die immer und immer und immer wieder neu aussehen muss. Immer wieder und immer wieder. Und mein Kräuterhochbeet, da kommt jetzt in Zukunft, mal angenommen, Wurzelknollen rein. Alles, was in der Tiefe wächst, wie Schwarzwurzeln, Moorrüben und alles so. Pflanzkulturen sollen da rein in Zukunft. Die haben lange, lange Zeit. Wie Wurzelpetersilie kann da rein. Alles, was so in der Tiefe wächst. So, und das wäre so mein Plan. Ich werde jetzt erst mal dieses tolle Schmuckstück holen, was für mich als ferne Zukunft, für mich als Kräuter, ja, begehbarer Kräuterhochbeet oder wie auch immer, wie man es nennen könnte, ich werde es jetzt holen. Das habe ich auch nicht gesponsert bekommen. Das habe ich mir auch besorgt. Ist aber nicht schlimm. Das werde ich jetzt mal fix holen. Deswegen werde ich mal in dieses Video komplett mal Werbung einblenden wieder. Das Wort mir nicht zur Verfügung gestellt. Deswegen blende ich Werbung in dieses Video ein. Nicht wundern. So, dann kann es losgehen. So, da ist dieses tolle Schmuckstück. Das ist von Parkside. Wie gesagt, ich möchte keine Werbung machen, aber nun mal ist das auf dem Karton. Und ein Gewächshaus. Und ich habe mir genau sowas ausgesucht, weil ich möchte gerne einen begehbaren wie unten, so lang, dann oben und dann ganz oben. Sowas habe ich mir ausgesucht. Sowas wollte ich schon lange, lange, lange haben. Und dann passt das. Ja, mal gucken, wie glatt ich mich da anstelle und dann kann es losgehen. Freu mich, freu mich. So, ich habe es jetzt erstmal provisorisch hingestellt. Wie gesagt, ich finde das mega. Also, hier geht man rein. Zack, zack, zack. Und hier stehen dann nachher meine ganzen Kräuter. Und das ist dann nachher ungefähr so hoch. Habe ich euch ja auf dem Karton gezeigt. Und das ist genau wie dieses große hier. Ein paar Gehwegplatten. Da wird das von innen noch hübsch gemacht. Mit Hackschnitzel und alles sowas. Ja, und das ist so mein Plan. Und ich finde das genial. Also, so habe ich dann meine Kräuter gleich parat. Ich muss nirgends wohin dümpeln und hast nicht gesehen. Und wenn man möchte, kann man genauso wie im Gewächstunnel seine Pflanzen vorziehen. Und genauso auch hier vorziehen. Ich finde das toll. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das hier so weit mit Gehorti alles aufgerissen habe. Bis hierhin kommt noch was. Hier hinter soll nichts kommen. Ist ja logisch. Weil hier habe ich mir nachher gedacht, hier kommt noch eine Regentonne hin. Eine große. Aber das alles peu a peu. Ich weiß noch nicht wirklich, meine Lieben, wie das dieses Jahr mit der Ernte ausschaut. Und alles sowas. Da muss ich erstmal selber gucken, ob ich alles unter einen Hut kriege. Weil immerhin fängt man alles bei null wieder an. Alles hinzubekommen. Aber man muss auch Abstriche machen, dass es auch nicht gerade wenig Arbeit ist. So, nimmt ja doch Gestalt an. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass es ein U-Format ist. Weil ich habe, vielleicht habe ich mich verguckt, weiß ich nicht. Dieses Gitter, was ihr hier so seht, das, was ich am Anfang zu euch gesagt habe, habe ich gedacht, dass es so ist. Ist es leider doch nicht. Egal, ich finde es trotzdem mega klasse, weil erstens eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also sagen wir mal, vierzehn schöne Stellflächen ist verfügbar. Und groß und ganzen von dieses steckbare Prinzip hier finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, dass es Plastik ist. Wäre cool, wenn er das irgendwie so verzinkt ist. Weil dieses, äh, diese Rohre hier ist aus Metall. Das ist schon mal geil. Die Körbe sind auch aus Metall. Aber, dass diese steckbaren Dinger aus Plastik ist, finde ich nicht so praktisch. Aber ansonsten, großen und ganzen Bedienungsanleitung finde ich auch sehr überschaubar. Auch sehr einfach. Ähm, habe ich auch wirklich jetzt nichts zu behandeln. Gar nichts. Ich finde das so im Großen und Ganzen die Aufmachung total klasse. Für mich reicht es. Weil hier möchte ich Großen und Ganzen komplett mein ganzes Kräuter Equipment, ich sage jetzt mal Equipment, komplett hier vorziehen, machen und tun und ernten und für die Gläser und für meine ganzen Gewürze. Hier reicht mir das. Ich will das nicht mehr in mein, äh, äh, Hochbeet, mein Kräuterhochbeet, was ich euch hier gezeigt habe. Ich möchte das peu a peu, ich sage jetzt mal hier Petersilie, Schnittlau, Schnittknoblauch, Oregano, äh, äh, sagen wir mal Rosmarin, Thymian, ähm, Pizza Macarita, ähm, Bärlauch. Ach was? Es gibt so unglaublich viele Kräuter, meine Lieben. Unglaublich viele. Und deswegen, hoppala, deswegen möchte ich Stück für Stück mich vergrößern. Deswegen habe ich jetzt sowas, weil ich möchte die ganzen Kräutern gerne in so eine, ähm, so eine Pflanzkübelz oder wo jetzt Jerry steht in so eine Töpfe. Das sieht nicht so wie ich, äh, ein Hochbeet, in mein Kräuterhochbeet mit der Pfefferminze, weil die Pfefferminze, wenn sie irgendwo reingepflanzt wird, spätestens in ein oder zwei Jahren ist sie genau da. Müsst ihr mal gucken, da wo meine Hand ist und spätestens in zwei Jahren ist sie ungefähr hier. Dieser ganze Bereich, wo ich jetzt hier bin, komplett, weil Pfefferminze, die verbreitet sich richtig zügig schnell, ne? Wie gesagt, Pfefferminze, wenn ihr die Möglichkeit habt, pflanzt sie irgendwie in so einem Kübel, dass sie sich nicht verbreitern kann. Ja, ich werde jetzt rucki zucki weitermachen. Also ich freue mich schon richtig drauf, meine ganzen Kräuter hier reinzupflanzen oder reinzustellen. Und ja, es nimmt Gestalt an. Nicht wundern, meine Lieben, dass ich keine Pflanzvideos oder keine pikieren oder so. Ich wollte dieses Jahr 24 mal komplett die Videos ein bisschen anders gestalten, später sowas zeigen. Also nicht, wie ich es in den Saarenkorden reinmache, wie ich es pikiere, wie dies, wie jenes. Das habe ich alles schon öfters mal gezeigt und ich habe gedacht, euch nicht weiter zu langweilen. Wisst ja, wie es geht. Mache ich es mal anders und zeige es dann lieber, wenn sie eingepflanzt werden. Ja, meine Lieben, mir ist genau das passiert, was ich nicht passieren sollte. Diese, Entschuldigung für den Wortausdruck, diese scheiß Plastikkacke. Es ist genau gerissen. Ich habe mich erst darüber gefreut einigermaßen. Ich mag absolut kein Plastik, weil das bricht wie Glas und ich gehe ganz stark davon aus, ein, zwei Winter bricht das weg. Richtig geil. Richtig geil, meine Lieben. Jetzt muss ich diese ganze Kacke hier kleben mit Heißbistolenkleber. Geil, wie sieht das jetzt aus, Alter? Alter, ich habe nur einmal, nur einmal was falsch reingesteckt. Nur einmal was falsch reingesteckt und schon kommt diese Kacke zustande. Du kriegst das nicht wirklich mehr auseinander. Klar, es soll lange festhalten. Es soll stabil bleiben, alles. Keine Frage. Aber, dass das so auseinander splittert wie Glas, das ist Wahnsinn. Ist genauso, wenn Winter wäre und du kommst gegen Plastik, das splittert alles weg. So, und jetzt hoffe ich, dass es hält. Ja, das hält jetzt. Äh, also so eine Kacke habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So an sich ist das ja keine schlechte Idee, ne? Keine schlechte Idee. Aber diese Plastik hier, hätte man, so wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, verzinktes Steckprinzip mit Schraubbolzen, hätte man das machen können. So wie bei meinem Gewächstunnel, hätte man auch machen können. Wäre viel einfacher. Nein, man muss das mit Plastik. Verstehe ich nicht. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Naja, ich lasse mir mal was einfallen. Vielleicht könnte man das irgendwie andersweitig machen oder so. Oder mal den Hersteller anschreiben. Ich weiß das nicht. So sieht es jetzt aus. Also groß und ganzem finde ich es hübsch. Geil, keine Frage. Aber es ist immer noch dieses Aber. Halten die Verbindung lange genug, auch den Winter und alles, den Frost. Weil ihr kennt selber, Frost und Plastik kommt nicht so gut. Habe ich schon so oft mitgekriegt. Kommt nicht so gut. Aber, weil so schlecht, möchte ich dieses tolle Gewächshaus nicht reden. Denn, wie ich schon gesagt habe, das mit den Kleben hier, finde ich totaler Scheiß. Muss ich ehrlich sagen, es hätte anders sein können. Aber im Großen und Ganzen, ich finde das richtig geil. Muss ich ehrlich sagen. Weil, so rein. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich hätte es mir auch bauen können. Ich hätte es mir auch bauen können. Eine Wand so, eine Wand so, eine Wand so. Da hätte ich so eine Art wie Hochbeet draus machen können. Aber, ich finde das genial. Ja, ich finde das so an sich gar nicht so verkehrt. So, dann werde ich mal gleich mal das Häubchen rüber setzen. Mal gucken, ob ich es vernünftig rüberkriege. Es ist ja doch recht ein hübsches Häuschen. So, ich habe noch mal ein bisschen Erde geholt. Und das will ich jetzt ein bisschen, nur ein bisschen. So, meine Lieben. Gerade rechtzeitig fertig geworden bei meinem Kräutergewächshaus. Gerade wirklich fertig geworden. Ich finde es richtig, richtig geil. Ich kann euch ja mal alle Kräuter mal kurz mal schnell durch Rafa vorlesen. Einmal Oregano. Olivenkraut. Bärlauch. Bärlauch. Sauerampfer. Denn einmal Zitronenmelisse. Denn hier Petersilie neu. Schnittlauch. Alt, neu, neu eingepflanzt. Hier ist mein Bärlauch. Ne, Lorbeer. Entschuldigung. Denn hier vorne ist Thymian. Denn Zitronen-Thymian. Denn es ist einmal hier mein Pizza Margarita. Rosmarin. Und einmal Pfefferminze. Und hier natürlich Schnittknoblauch. Alter, neu, neu schon eingepflanzt. Die, wo jetzt noch Platz ist. Da kommen natürlich noch mehr Kräuter. Es sind nicht alle gewesen. Ich habe noch welche vorgezogen. Mal gucken, ob überhaupt welche überhaupt kommen. Gerade in dem Moment, wo ich das Video beenden möchte. Regnet es. Was für ein Mist. Aber, wie ich schon gesagt habe. Mir gefällt das. Es genauso auch mit einem Hackschnitzel. So schießt dieses Unkraut überhaupt nicht mehr durch. Ich habe jetzt erstmal angefangen. Unter Töpfe hier reinzustellen. Töpfe. Dann habe ich schon eine Schere. Eine Schere kommt noch dazu. Eine ganz dünne. Dass ich hier Petersilie oder Schnittlauch ganz fein schneiden kann. Und das dann immer fein säuberlich alles in meine Küche trocknen kann. Und alles richtig, richtig lecker. Ist genauso auch. Bärlauch. Schöne Paste. Bärlauchpaste draus machen. Mh. Lecker, lecker, lecker. Kann ich nur empfehlen. Werde ich aber auch irgendwie mal in den Videos mal zeigen. Eine schöne Bärlauchpasta. Oder schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von meinem neues Kräutergewächshaus haltet. Als wie das alte. Ich finde das gar nicht so schlecht. Nur an dieses Gewächshaus ein paar kleine Mankos. Habe ich aber schon öfters erwähnt. Diese Plastikverbindung. Das ist eigentlich der letzte Müll. Habe ich euch gezeigt. Ich musste es kleben. Schade. So am großen Ganzen. Mega kann ich nur sagen. Ich habe jetzt nichts zu bemängeln. Sonsten nur dieses Plastikverbindung. Ansonsten mit diese Kasten hochstapeln. Und unten finde ich total klasse. Ja. Wünscht mir mal Glück, dass ich sehr viele Kräuter trocknen kann. Oder für meine Gewürzgläser oder allgemein Gewürze herstellen kann. Damit sage ich jetzt Tschüss und wünscht mir wirklich viel, 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 viel Glück, dass alles super in die Höhe schießt und dass ich ernten kann. Bis dahin. Eure Selbster Sauger Samroth. Tschüss. Eure Selbster Sauger Samroth.